Hauptmann Cronin befahl sechs Männern rauszugehen, um sich auf einen nächtlichen Hinterhalt zu legen. Was praktisch Selbstmord war. Sechs Männer gegen zwei Kerntruppen. Sie sagten, wir machen es nicht, wir gehen da nicht raus. Dies sollte bekannt gemacht werden. Und so schrieben sie eine Petition. Nixon hatte Riesenangst. Die Kompanie wurde zurückgezogen und eine andere reingeschickt. Die aber hatten von der Verweigerung gehört und verweigerten ebenfalls den Einsatz. Danach gab es keine Kompanie und keine Truppen in Vietnam mehr, die kämpfen wollten. Sie sagten einfach nein. Ich glaube, das Ziel war, dass ich mich, oder mich, oder mich, oder mich, und alle anderen in Authority, und die Kompanie und die Battalion. Sgt. Gene Tingley ist sagen, dass seine eigenen Männer versucht zu maim oder töten ihn. Aber es ist nicht ein isoliertes Inziden. Seit dann, ein officer wurde, ein anderer wurde in dieser Base. Und da haben sich viele verschiedene Inzidenz all across South Vietnam. Weil die Fragmentation Grenade ist oft die Weapon benutzt, die Violent Attacks auf Authority haben zu sein, wie Fragging. Und viele G.I.s talk openly über Fragging und die Military Countermeasures. Ich habe gesehen mehr als ein big group meeting, wo eigentlich all they talk about ist Fragging, wie wir sie sagen, Pigs. Die USA, die sich 1972 gezwungen sahen, fast ausschließlich auf den Luftkrieg zu bauen, initiierten ein beispielloses Trommelfeuer auf Vietnam. Das kleine Land wurde mit mehr Bomben bedeckt, als im gesamten Zweiten Weltkrieg von beiden Seiten eingesetzt worden waren. Und weil diese Angriffe hauptsächlich von den Flugzeugträgern ausgestartet wurden, rückten Seeleute und Piloten in die Hauptaufmerksamkeit der G.I. Bewegung. Auf der USS Coral Sea unterzeichneten 1200 Besatzungsmitglieder eine Petition, in der sie forderten, dass ihr Schiff im Heimathafen blieb. Und in San Diego überlegten sich Marinesoldaten, was zu tun sei. Wir glaubten aufrichtig daran, der einzige Weg, den Krieg zu stoppen, wäre, wenn die Soldaten aufhörten zu kämpfen. Ich war derzeit noch aktiver Offizier, genauso wie die anderen Seeleute und Wehrpflichtigen. Als wir uns versammelten und darüber berieten, welche friedlichen Aktionen wir unternehmen konnten, wurden auch die anderen Seeleute davon berührt. Das ist das größte Schiff in San Diego Harbor. Es ist das größte Schiff der amerikanischen Kraft. Es ist schwierig, dass die Leute das wissen, aber das Schiff ist nicht mehr ein Schiff. Es ist wirklich Teil der Luftkraft, die wir benutzen, um die Päsenz zu attacken. Es ist das Weapon eines Bulls. Es ist das Weapon der Aggression. Zuallererst wollten wir nur den Besatzungsmitgliedern auf dem Schiff die Möglichkeit geben, darüber abzustimmen, ob sie nach Vietnam zurückgehen wollten oder nicht. Wir wollten sie nur anhören. Aber dann sagten wir, nein, diese Abstimmung sollte in jedem Einkaufszentrum in San Diego möglich sein. Vor jedem Supermarkt sollte eine kleine Wahlurne aufgestellt werden. Wir wollten sehen, wie viele Stimmen wir bekämen und einen Tag dafür festsetzen. Ich war ein ausgebildeter Flugzeugträgerpilot und das gab mir eine Menge Glaubwürdigkeit, egal ob ich sie verdient hatte oder nicht. Auch ohne Kampfeinsatz glaubten mir die Leute, weil ich eben wusste, wie das Militär funktionierte. Wir nannten es Umkrempeln, als wir immer mehr Seeleute für die Sache engagieren konnten, und ihnen ein Forum gaben. Vom Flottenkapitän bis zum Bürgermeister, alle gaben Pressekonferenzen. Jeder äußerte seine Meinung, sogar amerikanische Senatoren. Doch auch wenn die Stadt dafür stimmte, dass das Schiff zu Hause blieb, machten wir trotzdem weiter. Der Kapitän sagte, ich weiß, dass viele auf dem Schiff nicht gehen wollen, aber das Militär ist voll von unzufriedenen Leuten. Ich will nicht gehen, aber das Militär ist voll von unzufriedenen Leuten. Obwohl sie die G.I. Bewegung immer noch verleugneten, veranstaltete das hausinterne Sicherheitskomitee des amerikanischen Kongress 1971, eine Serie von Anhörungen. Daraus resultierten tausende Seiten von Zeugenaussagen darüber, wie weit und tiefgehend sich die Bewegung mittlerweile verbreitet hatte. Im selben Jahr tourte die FTA-Show durch Asien. Obwohl sie weltweit auf allen Militärbasen verboten war, sahen mehr als 60.000 Soldaten in Japan, Okinawa und den Philippinen die Show. Und bei jeder Vorstellung gingen G.I.s mit auf die Bühne. We can no longer remain silent about the atrocities and injustice being perpetrated by the United States military on peoples of other nations, nor the petty harassment that servicemen and women are made to endure day after day. We demand an end to all discriminating policies against persons because of their race. We demand an end to all discrimination against persons such as anti-war G.I.s because they do not agree with U.S. policies. We demand an immediate and total withdrawal of all air and ground troops in C.I.A. from Vietnam, as well as from Korea, Guam, Okinawa, Japan, the Philippines, Israel, Cambodia, Thailand, Germany, England, Panama, Japan, Moe Bay, Laos, 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 Laos. Es erscheint mir heute unvorstellbar, dass wir das damals taten. Und dass eine ganze Halle voller Soldaten ihre Faust hob. Sie waren so glücklich, dass wir ihre Realität anerkannten. Ich beobachtete immer die Gesichter der Soldaten, wenn Rita Martinson das Lied sang. Es war dann, als ob eine Mauer niederbrechen würde und die Jugend, die Unschuld und die Verletzlichkeit dahinter zum Vorschein kam. Aber Soldaten, wir lieben dich, ja Soldaten, wir lieben dich, ja Soldaten, wir lieben dich. Stand in strong, cause it's hard to do, what do you know you must do, cause it's true, yes it's true. Im April 1971, nur fünf Jahre nach dem einsamen Protest von Howard Levy und Donald Duncan, fanden sich tausende Vietnam-Veteranen in Washington DC zusammen und warfen ihre Medaillen auf die Stufen des Kapitols. Ich glaube, es ist einmalig im Leben, wenn du die Möglichkeit bekommst, wirklich daran zu glauben, die Geschichte ändern zu können und ein Teil davon zu sein. Zuerst konnten sie nicht glauben, dass Soldaten gegen den Krieg protestierten, das schien unfassbar. Als wir 1970 dann ungefähr 1000 GIs waren, wussten sie nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Sie dachten, ach, das ist nur ein wilder Haufen und die reden wahrscheinlich alle bloß. Aber wie viele sind da wirklich? Ich habe so viel gelernt. Wir sprachen darüber um...